Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hot News Spezial im Oktober. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Halloween steht vor der Tür, wir haben kleine Tricks und Treats für euch mitgebracht. Am 9. und 10. Oktober 2024 fand unsere Online-Messe Hot Depot Digital statt. Mit über 1300 Teilnehmern verbuchen wir das Event als vollen Erfolg. Unter dem Motto Nachhaltigkeit und Heizungsoptimierung konnten wir euch praxisnahe Lösungen und zukunftsweisende Technologien vorstellen, die die Effizienz in der Heizungstechnik steigern und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Zudem konnten wir zeigen, wie ihr eure tägliche Arbeit mit unseren Produkten auf das nächste Level bringt. Besonders erfreulich war das zahlreiche positive Feedback, das wir von den Teilnehmern erhalten haben. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Es hilft, uns kontinuierlich zu verbessern und unsere zukünftigen Veranstaltungen noch zielgerichteter und erfolgreicher zu gestalten. Aber wie heißt es so schön? Nach der Messe ist vor der Messe. Wir freuen uns in diesem Herbst auf vier bedeutenden Fachmessen in Deutschland präsentiert zu sein. Auf der Bielektro in Berlin, GetNord in Hamburg, BimWorld in München und auf der Solar Solution in Düsseldorf. Besucht uns auf diesen Messen. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit euch. Jetzt stellen wir euch eine wichtige Neuerung in der Kundenkommunikation vor. Lea, unser smarter Chatbot. Lea steht euch ab sofort auf unserer Website zur Verfügung und ermöglicht euch eine noch einfachere und schnellere Kommunikation und das ganz bequem via WhatsApp. Ihr könnt leicht über die Webseite mit Lea kommunizieren und bekommt zeitnah eine erste Entscheidungshilfe für die passende Software. Nutzt Lea für die einfache und direkte Kommunikation mit uns. Von Produktinfos bis hin zur Beratung und Hilfestellung. Lea hat stets ein offenes Ohr für euch. Wir freuen uns darauf, euch mit unserem neuen Service unterstützen zu können. Wir möchten euch hiermit noch einmal die Angebote der Hotgenrot Akademie ans Herz legen. Unser Angebot richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Experten. Die Akademie legt besonderen Wert darauf, Inhalte praxisnah zu vermitteln. Mit einem starken Fokus auf aktuellen Marktanforderungen können Teilnehmer sicher sein, bestens auf die Herausforderungen in ihrem Arbeitsfeld vorbereitet zu werden. Wir bieten ein flexibles Schulungskonzept. Neben Präsenzveranstaltungen in unseren Schulungsräumen könnt ihr auch an Online-Seminaren teilnehmen, die euch ortsunabhängig zur Verfügung stehen. So könnt ihr das Lernformat wählen, das am besten zu euren Bedürfnissen passt. Meldet euch direkt zu den nächsten Schulungen an. Wir freuen uns darauf, euch in der Akademie begrüßen zu dürfen. Der Jahreszeit angemessen gibt es für euch eine Halloween-Überraschung. Wir verlosen bis zum 3. November exklusiv auf Facebook 5 Makita-Kaffeemaschinen für eure Baustelleneinsätze. Wacht mit frischem Kaffee aus dem Zombie-Modus auf. Für eine Teilnahme müsst ihr unseren Kanal abonnieren, den Beitrag liken und kommentieren, nach wie vielen Tassen Kaffee ihr nicht mehr im Zombie-Modus seid. Klingt gut? Dann macht mit! Und zum Abschluss präsentieren wir euch in unserem YouTube-Livestream noch einmal den Energieberater 2024. Schaltet am 8. November um 10 Uhr ein. Wir demonstrieren euch alles Wissenswerte sowie praxisnahe Tipps und Tricks, um das Beste aus dem Energieberater 2024 von Hotgenroth herauszuholen. Wir zeigen euch unter anderem die neuesten Funktionen und Erweiterungen, die entwickelt wurden, um eure Arbeit in der Energieberatung zukünftig noch effizienter zu gestalten. Erhaltet wertvolle Einblicke in die optimierten Berechnungen und erfahrt, wie ihr eure Projekte schneller und einfacher dokumentieren und verwalten könnt. Unsere Experten freuen sich darauf, eure Fragen live zu beantworten. Abonniert unseren YouTube-Channel, dann sehen wir uns auch zur nächsten Ausgabe der Hotnews-Spezial wieder. Outro 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 Outro